Hallo, Daniel wird euch heute eine der vier Grundübungen zeigen. Das Bankdrücken. Die Übung für Männer schlechthin im Fitnessstudio. Und zwar ist die Übung für den großen Brustmuskel und hilft dabei die Haltung zu stabilisieren. Daniel. Die Ausführung war jetzt wirklich super. Apropos Ausführung. Es geht nicht darum, wer schafft das meiste Gewicht, sondern darum, wer führt die Übung sauber aus. Denn nur so ist ein langfristiger Trainingserfolg möglich. Apropos Erfolg. Auch Frauen sollten viel öfter Bankdrücken machen. Warum? Die Wirbelsäule bleibt im Gleichgewicht. Bereit? Und los geht's. Oder Schaff! Ver верх auf demec. Oder Schaff! pokemon genau